Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Arvorion. Hier auf diesem Kanal, schön, dass ihr wieder mit dabei seid und eingeschaltet habt. Ja, Freunde, ich bin hier noch so ein bisschen rumgehüpft und alles voller Xotan, ne? Alles. Egal, welchen gelben Punkt du anspringst, ist hier die Xotan drinne. Ah, belastend. Aber nützt nix, nützt nix, nützt nix. Wir müssen ja irgendwie hier langsam übersichern noch ein bisschen was schaffen. Ausrüstung handeln, ist da schon wieder irgendwas Interessantes mit Zwischen? Nein, hier. Wundert mich auf jeden Fall, dass ich die Abwrack, die 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 Xotan Waffen nicht mehr kaufen kann, hätte ich beinahe gesagt, die Borg Waffen nicht mehr kaufen kann. Aber vielleicht habe ich auch gerade einfach nur ein bisschen Pech. Kann man ja auch haben. Gehört auch mal dazu. Ansonsten, was habe ich hier? Laserjäger. Ich kaufe jetzt erstmal keine Liga mehr. Aus dem simplen Grunde brauchen wir gerade nicht. Geschütze bebauen? So. Tesla. Tesla. Puls. Geht nicht. Äh, Laser. Aha, aha, aha. Okay. Cool. Nett. Danke. Aber wir springen mal einmal zurück. Wir springen einmal zurück. Weil ich werde mal ein paar Sektoren weiterhüpfen und mal gucken, ob ich hier unten nicht irgendwo eine Station finde, die ich kapern kann. Einfach nur, damit wir eine kleine Ausgangsstation haben und ein bisschen an Ressourcen reinkommen. Das müssen wir auf jeden Fall jetzt noch machen. Suchen Bergen interessiert mich gerade nicht. Das heißt, wir hüpfen einfach mal. Wo hüpfen wir denn hin? Ein bisschen weiter hier runter. Hüpfen wir mal hier hin. Hier, grüne und bekannte Energiesignatur. Die nehme ich. Wie gesagt, es fehlt mir jetzt dummerweise und jetzt will ich die Ability, dass ich die Sache rufen kann. Aber vielleicht kriegen wir sie ja noch. Also ich sehe das positiv. Ich bin da guter Dinge. Die kriegen wir irgendwie noch. Ich muss sie triggern und ich weiß nicht wie. Solltet ihr das wissen, wie das funktioniert, schreibt mir das mal bitte in die Kommentare rein. Weil ja, vielleicht seid ihr ja schneller wie ich. Okay. Die sind neutral. Okay. Was ist er hier? Suchen Bergen. Bla bla bla. So, hol' mal raus als Scanner. Mach' mal ein paar Lingen. Na, komm schon. Na, komm schon. Ah, jetzt kommts. Ah, ich liebe diesen Reichweiten- Scanner. Wir wollen da hin. Jetzt mal auf. Pass mal auf. Oh, oh. Ach, damit krieg ich auch Trimium, nicht? Mal gucken, wie viel Trimium ich aus diesem Klotz rauskriege. Ich bin ja gespannt, ne? Und? Nix? Ja, gut, dann brauche ich den Entscheider auch nicht mehr. Okay, wir hüpfen weiter, nächsten Sektor. Ich könnte jetzt sagen, belastend, aber... Mh, belastend. Scheiße. Na, kann ich schon. Schon wieder so ein Sektor? Gibt's hier einen Asteroiden, den ich annehmen kann? Oder eine Box, den ich aufsammeln kann? Oder irgendwas? Gegenschub das Eisen neben mir... Ah, gucke mal. Sehen meine Äuglein denn da? Also jetzt nicht den... Oh, das geht doch verhältnismäßig zügig dann. Ich hab keine Ahnung. Hm. Hm, ich hab keine Ahnung. So, aber wir fliegen mal durchs Tor durch. Komm, wir flattern einfach mal durch. Oder kann ich's übernehmen? Und verwundbar. Und verwundbar ist okay, aber ich will's übernehmen. Okay, mit dem darf ich das nicht. Hüpf. Hö. Da düsen wir doch direkt mal rüber. Mal gucken, vielleicht können wir das für unser eigen nennen. Schnell, 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 schnell. Hey. Zu schnell, 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 schnell. Nein. Okay, gut. Dieser Sektor wird von einer anderen Fraktion... Ah, wie geil ist das denn? La, 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 la. Ja, aber mit Assimilation ist da nicht viel, ne? Ach, das ist ja nicht mit drin, ne? Eine Assimilierung. Bla, 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 bla. The drone looks different. I have four turrets. For Assimilation, Mending, Savage, and Regression. Yep. Ja, genau. Genau. Genau, das hat er genommen. Ah, ja. Bär wird nicht. Aufgrund von Unruhen wird der Sektor jetzt gemieden. Das ist klar soweit. Ey, Kollege, was wolltest du denn von mir? Ach, du Scheiße. Ah. Nein, 72 Sekunden. Äh, 72 Minuten Wartezeit. Nein. Kann ich das Schiff hier nicht übernehmen? Oder muss ich es zerstören? Na gut, dann wirst du eben vernichtet. Soll mir auch recht sein. Ich frag dich ab, mein lebendigen Leibe. Mir ist das egal. Schießt du hier auf mir? Ja, brennst du. Ah, Handy-Ressourcen. Äh, äh, äh. Äh, äh. Äh. Au. Na ja, es gibt mir zumindest schon mal ein paar Türme, ne? Nein, die haben sie zerstört. Es kann doch nicht angehen. Sie haben sie zerstört. Einfach die Station platt gemacht. Einfach so weg. Wo sind sie denn jetzt? Da hinten. Glaube ich. Nee, hä? Moment. Da. Ja, dann fliegen wir da doch direkt mal hin, wa? Ich versuch mal was. Ich weiß ja nicht, ob es funktioniert, aber ich versuch mal was. Wir bauen ein Schiff. Wir wollen einen Allianz-Chef bauen. Warte mal. Nochmal. Wir bauen ein Schiff. Wir wollen einen Landstisch bauen. Machen wir Kubus 2. Und sagen, okay. Bauen wir das Schiff. Und bauen da einfach jede Menge Naoni dran. Kann ich denn ein Generator von hier bauen? Nein. Wenn Feinde in der Nähe sind, geht das nicht. So, nochmal das Ganze. Baumodus. Kann ich da Generator dran bauen? Du kannst noch ein freundlich gesinnt ein Schiff selbst bauen. Okay, aber. Kann ich das bauen? Ja, kann ich. Ich weiß, es macht jetzt für euch noch keinen Sinn, was ich vorhabe. Aber. Jetzt kommt's. Inventary. Transform. Und auf einmal. Hehehehehe. Funktioniert. Subsysteme. Subsysteme. Jetzt hat der natürlich noch kein Subsystem davon, ne? So, ein Mist aber auch. So, einzahlen. 43.000. Dann bleibst du mal kurz hier stehen. Hm. Wir helfen einmal hier rüber. Dann schauen wir mal flink nach, ob wir da nicht ein Dings kriegen. Ne, dieses Dings zum Dungs, zum Dings. Genau, ihr wischt, was ich meine. Hehehe. So, einmal um die Ecke geflogen und er müsste da hinten ja irgendwo hier im System. Äh. Ist hier so weit weg gewesen? Ne. Hm. Wer ist er? Ist er auch noch hier? Aber. Pinder. Äh. Gegen Schub. Danke. Moin. Ich hätte gerne Ausrüstung. Ich hätte gerne den. Ne. Ne. Moin. Ich hätte gerne Ausrüstung. Ich hätte gerne die beiden. Ich hätte gerne das Geschützkontrollsystem hier. Und. Den hätte ich auch ganz gerne. gut. Noch einmal drüben geguckt. Und er hier. Ja, genau. Ich habe, ähm. So einen Phasen-Remodulator mit reingesetzt von den Mods. Der funktioniert ja komischerweise auch noch. Oder vielleicht ja auch beabsichtigt, weil es überarbeitet wurde. Ähm. Genau. Wenn das Ding sich aktiviert, beziehungsweise ein Schild da ist, dann kriege ich einen positiven Buff auf dem, von dem ich beschossen werde. Sprich, wenn mich jetzt einer mit Laserwaffen beschießt, dann kriege ich anscheinend eine besondere Stärke gegen Laserwaffen. Wenn mich einer mit Raketen beschießt, gegen Raketen. So habe ich das jetzt verstanden. Und finde ich, ist ja gar keine verkehrte Idee, nicht? So. In Schäfer in Sektor wechseln. Wir wechseln wieder zurück. Jep. Ich weiß, wir sind hier im Kriegsgebiet. Das macht mir aber nichts. Ah, ich muss diese Musik-Playlist eindeutig überarbeiten. Ich brauche andere Musik hier. Ich habe bald den ultimativen Krieg hier anzuzetteln. Weißt du, in den HP3-Fans-Musik hier im Hintergrund, auf gut Deutsch gesagt. So. Äh. Rüber. 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 Und rüber. So. Dann. Bitte. Danke. Arschen. Alles klar. Geht leider nicht schade. Dann soll er mir das mal automatisch da ransetzen. Und zwar... Nee, der ist es nicht. Der ist es. Bitte schön. Den sage ich jetzt Autopilot. Rags verschrotten. Viel Spaß. Wo willst du jetzt genau hin? Aber du kommst da ran, ne? Oh, sieht zumindest dann noch aus. Nochmal. Autopilot. Rags verschrotten. Was taut der da? Na, auf konnte man nicht. Wenn ich das jetzt rausnehme, ist der zerstört, ne? Oh, Verzeihung. Wenn ich das jetzt fest installiere, dann kriegt er noch mehr zu, oder? Wenn ich dann sage, hier, pass auf. Äh. Inventory. Subsysteme. Nee, das ist das Falsche. Hier. Installieren. Aha. Das heißt, wenn ich noch ein bisschen dichter ranfliege. Ja, dann kriege ich die Tarn raus. Mega. Gut, das funktioniert ja wenigstens schon mal. Hier war doch noch eine zweite Station. Hier sind die ganzen Klätze drin. Doch irgendwo war doch noch eine zweite Station. Die sie mir zu Klump geschossen haben. Ist die hier? Ja. Aber die hat keine Items mehr. Die sind schon gespawnt. Egal, denn wenn sie weg, das macht nichts. Hauptsache, ich habe in dem Sektor hier schon mal so weit ein bisschen Fuß gefasst. Ich brauche Angriffstruppen drei Stück. Was habe ich an Angriffstruppen drei Stück? Warum habe ich nur drei Stück? Weil ich nicht mehr kriege. Danke. Aber der hat doch eine Klunkammer drauf, wie das aussieht, ne? Pass mal auf. Mach mal. So, das heißt, der ist jetzt erst mal 15 Minuten beschäftigt. Weil ich das weiß doch, dass es mal 15 Minuten genau. Guti. Und dann kann er sich hier in der Zwischenzeit in Ruhe austoben. Wir verdualisieren uns aus dem hier und fliegen weiter. Was haben wir jetzt? Oh Gott. So, das heißt, der ist zumindest schon mal ein Cubus. Ist ja schon mal ein guter Anfang. Hier oben haben wir natürlich auch noch einen stehen. Der soll aber da oben zur Verteidigung bleiben. Weil ich habe das Gefühl, irgendwann kommt da wieder irgendjemand, der uns an die Wäsche will. Und dann habe ich zumindest ein bisschen was da stehen, was ich wehren kann. Man soll es ja Glück ja auch nicht herausfordern. Habe ich zumindest mal gelehrt. Ja, ihr Lieben, aber in diesem Sinne, wir haben auch wieder eine Folge erfolgreich geschafft. Wir bauen uns hier langsam sicher wieder auf. Stück für Stück geht es wieder nach vorne. Und ich würde sagen, wir machen es wieder ganz kurz und bündig. Macht es gut. Haut rein, Leute. Und ciao, ciao.